EDI-Fahrdienstleitungen 990-025 990-025, bitte kommen 990-025, hört Wir hatten Glück im Unglück, es gab keine weiteren Vorkommnisse mehr Ich hoffe, Sie konnten ganz gut entspannen Nun muss der Zug wieder zurück nach Koblenz-Lützel Sie werden hinter dem Regionalexpress 10.523 fahren Laut Plan ist er mit 160 kmh unterwegs und im Moment sogar pünktlich Ich denke nicht, dass er Sie groß ausbremsen wird Gut, zur Ausfahrt muss ich ja bis zum Signal jetzt wieder die Weichen selber stellen, oder? Richtig Ausfahrt erfolgt wieder über das Kuppen zwischen Signal T310 Bis zu diesem müssen Sie die Weichen selbst stellen Alles klar, mache ich, danke Richtig 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020